Jürgen Maaßen ist einer der profiliertesten und begabtesten Figurenbildner der jüngeren Generation. Obwohl seine zahlreichen Inszenierungen noch in den Spielplänen der Berufsbühnen sind, ist er mit dem Marionettensatz die Entführung aus dem Serail, eine Anzahl Solomarionetten sowie den Handpuppensatz das Kinderschiff und eine Anzahl Einzelfiguren in der Sammlung vertreten. Für den didaktischen Bereich hat er den größten Bestand seiner Entwurfszeichnungen und ca. 30 seiner Rohlingsköpfe zu Schulungszwecken in die Sammlung gegeben. Die Sammlung Wenn auch nur ein Teil der Sammlung in diesem Video gezeigt werden konnte, hoffe ich doch, dass die kulturgeschichtliche Bedeutung erkannt wird, mit der auch ein Stück unserer Identität verbunden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.